Es herrscht eine Starter Talcum. Starker Wind, starker Regen und Stromausfall schon mehrere Stunden. Heute an Heiligabend. 10 Uhr Abend im Moment. Wir sind alle im Wohnzimmer, weil das am sichersten ist. Im Schlafzimmer ist es ziemlich laut, weil irgendwelche harten, schweren Gegenstände aufs Dach knallen. Und die Dächer sind aus Weltblick, deshalb ist es auch extrem laut. Ich hoffe, man kann es hören. Meine Drohne habe ich auch ins Wohnzimmer getan, zur Sicherheit. Wir haben zwei Lampen. Unser Plan war, dass wir um Mitternacht die Geschenke aufmachen und verteilen. Ob das stattfindet bei dem Wetter, weiß ich nicht. Vielleicht verschieben wir das auch morgen früh. Aber das Haus scheint mir sehr stabil zu sein. Es ist gut gebaut. Das Dach wackelt nicht. Das. Also, hier gibt es viele andere Häuser, die sind viel schlechter gebaut. Heute waren wir bei einer Freundin, deren Haus besteht nur aus Plastikfolie, also die Wände, ein bisschen aus Plastikfolie. Ich bin gespannt, wie die Plastikfolie bestehen. Also, mittlerweile sind das schon vier Stunden. Ja, das sind ja vier Stunden. Das ist bislang der stärkste Talfun, den ich hier mitgemacht habe. Der andere Talfun, vor zwei Wochen, war ziemlich schwach im Vergleich zu diesen. Das war's vor Weihnachten. Ja, das war's vor Weihnachten.